Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Herzlich willkommen zur Online-Kinderstunde wieder. Wir wollen heute wieder eine Kinderstunde haben und zu Anfang wollen wir aber wie gewohnt erstmal zusammen beten. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach die Hände faltet und die Augen schließt und ich werde mit uns beten. Lieber Heiland, hab Dank für den Tag, den du uns geschenkt hast. Hab Dank, Herr Jesus, dass du für uns da bist, dass du uns erlöst hast von unseren Sünden, Herr Jesus, danke, dass wir frei sein dürfen. Danke, dass du uns so sehr liebst und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir auch wirklich so leben, wie es dir gefällt und einfach auch dir zur Ehre leben könnten, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du die Kinder so sehr liebst, dass du sie versorgst, dass du sie bewahrst und möchte dich einfach auch jetzt bitten für diese Kinderstunde, dass du diese Kinderstunde segnest, dass du die Herzen der Kinder öffnen könntest und einfach auch, dass sie was daraus lernen könnten. Ich danke dir für alles Gute. Amen. Zu Anfang wollen wir ein Lied zusammen singen. Der Text wird wieder unten eingeblendet, dann könnt ihr auch wieder schön mitsingen. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wo in Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn, sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen. Ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wo in Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht und Sünde, in des Leidens mehr. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhellt, leuchtend an dem Plätzchen, wo in Gott es stellt. Ja, in dem Lied, das wir gerade eben gesungen haben, da hieß es, dass wir für Jesus leuchten sollen. Liebe Kinder, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie genau wir für Jesus leuchten können? Wisst ihr, am besten können wir das machen mit den Sachen, die sozusagen uns gehören. Also mit unseren Fähigkeiten oder unsere Begabungen, unsere Talente, die wir haben, die wir von Gott bekommen haben. Am besten können wir die nutzen, um zur Ehre Gottes zu leben und so dadurch zu leuchten. Ich möchte euch trotzdem vorher noch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte hat Jesus auch erzählt, oder hat Jesus erzählt, als er auf der Erde war. Und zwar, das ist ein Gleichnis. In diesem Gleichnis ging es um einen reichen Mann, um einen Kaufmann. Der hatte ein großes Haus. Ihm ging es sehr gut, er hatte sehr viel Geld. Er hatte eine ganze Kiste voller Geld. Er konnte sich sehr viel Geld machen, weil er nämlich verkaufte oder einkaufte und teurer verkaufte. Somit konnte er sich sehr viel Geld machen. Ja, und wenn man das Geld aufteilen würde in Säcke, so hatte er acht ganze Säcke voll. Irgendwann entschloss sich dieser Kaufmann, dieser reiche Mann, auf eine Reise zu gehen. Aber irgendjemand musste ja das Geld, musste ja mit seiner Arbeit weitermachen. Und so entschied er, dass es seine Arbeiter für ihn tun sollten. Er hatte nämlich drei Arbeiter gehabt. Und die rief er dann zu sich. Dem ersten Arbeiter, das war so sein fleißigster Arbeiter, den gab er von seinen acht Säcken Geld, gab er fünf davon. Und sagte zu ihm, hier, nimm das Geld, kaufe und verkaufe und sei fleißig darin und tu das Beste mit diesem Geld. Sei fleißig. Und er nahm diese fünf Säcke. Der zweite, dem gab er zwei Säcke von den acht. Und sagte auch zu ihm, geh und kaufe, verkaufe, tu das Beste mit diesem Geld. Ja, und der Arbeiter, der nahm auch dann diese zwei Säcke und wollte damit das Beste machen. Dann blieb nur noch ein Sack übrig und den einen, den bekam dann der dritte Arbeiter. Auch zu ihm sagte er das Gleiche, tue das Beste damit, kaufe, verkaufe, tu das Beste damit, sei fleißig. Ja, und dann ging der Kaufmann weg. Er ging eine längere Zeit weg. Die Arbeiter, die wussten gar nicht, wann er genau jetzt wiederkommen wird. Aber sie wussten, dass er wiederkommen wird und dass er dann fragen wird, was habt ihr für mich getan? Ja, und so war das dann, dass der erste Arbeiter, der hatte ja die fünf Säcke voller Geld und er hat sich wirklich angestrengt, er war wirklich fleißig gewesen, hat viel investiert und hat letztendlich zu seinen fünf Geldsäcken, hat er nochmal weitere fünf dazu verdient. Der zweite Arbeiter, der konnte natürlich nicht so viel einkaufen und verkaufen wie der erste, weil er ja zwei Säcke bekommen hatte. Aber er tat auch sein Bestes und wisst ihr was? Er hat zu seinen zwei nochmal zwei dazu verdient. Somit hat er das Ganze auch verdoppelt. Er hatte dann letztendlich vier Geldsäcke gehabt. Aber wisst ihr was? Der letzte Arbeiter, der war nicht so fleißig wie die anderen beiden. Wisst ihr, er hat gedacht, was soll ich denn machen mit diesem einen Geldsack? Was soll ich damit schon anfangen? Hätte ich fünf bekommen wie der erste oder hätte ich zumindest zwei bekommen, dann könnte ich vielleicht was machen, aber mit diesem einen, da lohnt es sich erst gar nicht anzufangen. Nee, ich glaube, ich werde das sein lassen. Nicht, dass ich da noch irgendwie Geld verliere oder so. Ja und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Der hat einfach diesen einen Geldsack genommen, ist rausgegangen, hat ein Loch gegraben und dann diesen Sack vergraben, weil er dachte, nur ich weiß, wo dieser Geldsack ist und niemand kann dann das Geld von da wegnehmen. Ja und dann kam der Kaufmann nach einer Zeit wieder. Und natürlich wollte er wissen, was seine Arbeiter die ganze Zeit über getan hatten. Und so rief er dann nacheinander seine Arbeiter zu sich, als erstes den ersten, den fleißigsten, dem er fünf Säcke Geld gegeben hatte. Den rief er zu sich und der kam zu ihm und war ganz fröhlich und hat gesagt, guck mal, fünf Geldsäcke hast du mir gegeben. Und ich habe es verdoppelt, ich habe weitere fünf Geldsäcke daraus bekommen. Und der Kaufmann, der war sehr zufrieden mit ihm. Er sagte zu ihm, du guter und treuer Arbeiter, du warst über wenig treu gewesen, ich will dir noch mehr geben. Gehe hinein und feiere das Fest mit mir. Dann rief er den zweiten Arbeiter zu sich. Der zweite Arbeiter, der war auch ganz fröhlich. Er sagte, guck mal, du hast mir zwei Geldsäcke gegeben. Und stellte sie hier hin. Und guck, ich habe zwei weitere Gewinde rausgemacht. Also auch wieder verdoppelt. Und der Kaufmann, der war auch wieder ganz zufrieden mit ihm, genauso zufrieden wie mit dem ersten, sagte auch zu ihm, du guter und treuer Arbeiter, du warst über wenig treu gewesen. Und dann rief er den dritten Arbeiter zu sich. Ja, der dritte Arbeiter, der hatte ja nur diesen einen Geldsack, den hat er wieder rausgebuddelt und konnte nur diesen einen Geldsack hier vorweisen. Und gab ihm wieder. Aber wisst ihr was, er hat das gar nicht bereut. Der hat gesagt, ich wusste, dass du streng bist. Ja, und deswegen wollte ich nicht das Geld irgendwie verlieren. Deshalb dachte ich, lass ich es einfach so, wie es ist. Dann kannst du mir ja nicht nachweisen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber wisst ihr was, der Kaufmann, der konnte ihm wohl was sagen. Er sagte zu ihm, du böser und voller Knecht, du wusstest doch, dass ich streng bin. Wieso hast du dich nicht angestrengt? Dann sagt er zu den anderen beiden, nehmt ihm sein Geldsack und gebt ihm demjenigen, der diese zehn Geldsäcke hat. Er soll noch mehr bekommen. Und wisst ihr, diesen dritten Arbeiter, weil der so faul war, hat er ihn auch einfach aus seinem Dienst entlassen, weil er ihn nicht gebrauchen konnte. Dieses Gleichnis können wir auch mit uns vergleichen. Also diese Geldsäcke, das sind die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ja, so wie der Kaufmann diesen Arbeitern diese Geldsäcke gegeben hat, so hat auch Gott uns Gaben, Talente, Fähigkeiten gegeben, womit wir Gott ehren können. Jeder von euch hat etwas, was er besonders gut kann. Vielleicht ist jemand von euch auch sehr musikalisch, kann gut ein Instrument spielen, vielleicht, es muss ja nicht eine Geige sein, es kann auch ein Klavier sein, Akkordeon, Panflöte, Querflöte, Gitarre, ganz egal was. Auch wenn man das nicht, wer weiß, wie gut kann. Aber wenn man es macht, dann für Gott. Zu Gottes Ehre, weil dieses Talent, diese Fähigkeit von Gott kommt. Und wir sollen das Ganze nutzen, um Gott Ehre darzubringen mit unseren Talenten. Wisst ihr, ein ganz, ganz großer Komponist war Johann Sebastian Bach. Der hat ganz viele verschiedene Kompositionen geschrieben, ganz komplizierte Lieder. Aber wisst ihr was? Einst wusste er, dass er diese Fähigkeit nicht sich selbst zuzuschreiben hat, sondern dass er diese Fähigkeit von Gott bekommen hat. Und wisst ihr, was er tat? Er hat unter seinen Kompositionen drei kleine Buchstaben hingeschrieben. S, D, G. Das ist eine Abkürzung, das ist Latein und heißt Soli Deo Gloria und heißt Nur allein Gott die Ehre. Er hat das begriffen, dass nicht von ihm aus das Talent kommt, sondern dass ihm jemand dieses Talent gegeben hat. Vielleicht malt jemand von euch ja ganz gerne, zeichnet oder sonst irgendwas, ist vielleicht kreativ. Aber wisst ihr, auch da, für Gott, alles für Gott. Oder hat jemand vielleicht von euch schon mal ein Bild gemalt? Und auch da ist es wichtig, für Gott das zu tun. Ja, inwiefern für Gott. Wisst ihr, man kann diese Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, die kann man einfach dazu nutzen, um andere Menschen zu erfreuen. Zum Beispiel wie mit der Musik in der Gemeinde vorzuspielen oder auch zu Hause oder jemand anderes. Jemand ein Bild malen zum Beispiel, das bereitet auch vielen eine große Freude. Ich denke, eure Eltern zum Beispiel oder Großeltern, die freuen sich bestimmt sehr, wenn ihr Bilder malt. Oder gerade vielleicht die älteren Kinder, die schon in der Schule sind. Wie ist es mit den Zeugnissen? Auch das für Gott. Wenn ihr ein gutes Zeugnis bekommen habt, dann könnt ihr Gott dafür die Ehre geben. Ging es euch eigentlich auch schon so, dass ihr vor einer Arbeit gestanden seid und ihr hattet so das Gefühl, ihr hattet einfach Angst vor der Arbeit. Und ihr hattet das Gefühl, irgendwie, ihr würdet das nicht schaffen können. Und ihr habt zu Gott gebetet und Gott hat euer Gebet erhört und ihr habt eine gute Note geschrieben. Aber wem sollen wir dafür danken? Uns selbst? Nein. Gott die Ehre, weil Gott geholfen hat, ja? Oder vielleicht, bestimmt singen viele von euch sehr, sehr gerne. Aber wisst ihr auch da, alles für Gott, nicht für uns selbst. Und auch da können wir dann leuchten, indem wir das, was wir können, für Gott einsetzen. Indem wir andere erfreuen, dadurch, dass wir zum Beispiel singen. Ja, jetzt sagt vielleicht jemand, ja, ich kann nicht singen, ich kann kein Instrument spielen oder ich kann auch nicht malen. Wisst ihr, es gibt aber noch andere Fähigkeiten, die wir haben. Wenn ihr diese Sachen vielleicht nicht könnt, vielleicht könnt ihr gut mit Zahlen umgehen. Vielleicht könnt ihr später dann vielen Leuten damit helfen. Oder ihr habt ja trotzdem alle Hände, Füße und auch einen Mund. Und mit den Händen könnt ihr anpacken. Mit den Füßen könnt ihr gehen. Ihr könnt Leute besuchen, vielleicht jemand, der krank ist oder einfach Leute besuchen. Mit dem Mund könnt ihr auch sehr viele gute Dinge machen. Ihr könnt gute Ratschläge geben. Wisst ihr, manche haben wirklich die Fähigkeit, gute Ratschläge zu geben. Das sind Fähigkeiten, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, die nicht jeder sieht, aber die da sind und die man wirklich für Gottes, zu Gottes Ehre einsetzen kann. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen von einem Jungen. Wir nennen ihn mal Max, der auch eine schöne Begabung hatte, ein schönes Talent hatte, das er aber leider ein bisschen falsch eingesetzt hatte einmal. Und zwar war das so, dass Max an einem Sonntagmorgen im August mit seiner Familie in den Gottesdienst gegangen ist. Und bei denen war es üblich, genau wie bei uns auch, dass die Jungs vorne sitzen in den ersten beiden Reihen. Und er setzte sich in die zweite Jungsreihe. Ja, und an dem Sonntag war ein Gastprediger da gewesen. Und der predigte ziemlich lange und für die Kinder war das alles ein bisschen schwer zu verstehen auch. Und irgendwann hat man einfach gemerkt, dass schon die Jungs und die Mädchen, die vorne saßen, vor allem die Jungs, sehr unruhig wurden. Ja, und der Max, der langweilte sich auch ein bisschen. Ja, irgendwann holte er sein Taschentuch aus seiner Hosentasche und putzte sich erstmal ausgiebig seine Nase. Ja, irgendwann wusste er dann nicht mehr, was er machen sollte. Dann hat er noch einen Gummiring in seiner Tasche, in seiner Hosentasche gefunden, holte das raus und zog und dehnte es und spielte damit so lange rum, bis es riss. Dann hatte er da auch nichts mehr von. Ja, und die Predigt, die ging einfach so lange. Die Erwachsenen, die hörten alle aufmerksam zu, aber für die Jungs und für die Mädchen war es einfach irgendwie nicht so spannend. Irgendwann griff er dann nach vorne und holte sich das Gesangsbuch. Ja, und er fing an, in dem Gesangsbuch rumzublättern. Und irgendwann fiel dann ein weißes Blatt heraus. Das war das erste Blatt von dem Gesangsbuch. Und er dachte sich, oh schön, ich male so gerne. Und weil er eben so gerne malte, hatte er auch immer einen Bleistift dabei. Und er überlegte sich, hm, am liebsten male ich ja Menschen und Tiere. Tiere sind hier jetzt gerade nicht, aber Menschen. Ah, ich male den Prediger. Und so guckte er sich den Prediger nochmal ganz genau an. Und schnell skizzierte er dann den Kopf des Predigers. Beim näheren Betrachten fiel ihm auf, der Prediger hat ziemlich große Ohren. Also malte er auf dem Bild extra große Ohren. Als er ihn dann weiter betrachtete, fiel ihm auf, dass seine Nase etwas lang war. Und dann zeichnete er auf seinem Bild die Nase extra lang. Und die Augen auch ganz komisch. Als er dann sich den Prediger weiter anguckte, stellte er fest, dass seine Vorderzähne ein bisschen hervorstanden. Und so zeichnete er ihn auf seiner Zeichnung mit ganz, ganz schlimmen Zähnen. Plötzlich sagte der Prediger, so liebe Kinder, nun möchte ich euch auch noch eine Geschichte erzählen, damit ihr euch auch was von dieser Predigt mitnehmen könnt. Und er fing dann an zu erzählen über eine Geschichte von einem verlorenen Sohn. Und der Max, der legte schnell dann sein Blatt Papier beiseite und hörte ganz aufmerksam zu. Das war auch ganz schön spannend gewesen, die Geschichte. Ja, und dann ging der Gottesdienst auch ziemlich schnell rum. Das Blatt Papier, das ließ er in dem Gesangsbuch drin. Dieser Prediger war ein Jugendfreund von Max' Vater. Und so kam es dann, dass der Prediger eben zu Max nach Hause kam. Ja, und während sie so noch auf das Mittagessen warteten, zeigte der Vater dem Prediger die Wohnung, führte ihn einfach durch das Haus und auch durch den Garten. Und Max hatte auch Meerschweinchen im Garten. Und zwar fünf. Ja, und der Prediger kam dann irgendwann zu Max und fragte ihn, na, sind das deine Freunde? Und dann sagte Max, ja, ich habe sie sehr gerne. Und der Prediger fragte ihn, wie heißen die denn? Und er zählte die Namen auf. Der eine heißt Bim, der andere heißt Bam, das ist die Tilly und das ist Fix und Fox. Oh, schön, du hast aber viel Freude mit den Tieren, meinte der Prediger. Ja, und dann fragte der Prediger ihn auch, ob er denn auch genauso viel Freude hätte in der Schule. Und so unterhielten die sich ein bisschen über die Schule. Und Max stellte fest, dass dieser Prediger ein ganz, ganz sympathischer Mann war. Und er mochte ihn sehr, sehr gerne. Ja, dann wurde zum Essen gerufen. Nach dem Essen kamen noch andere Leute, um diesen Prediger zu begrüßen. Und so war es dann, dass irgendwann das ganze Wohnzimmer voller Leute war. Irgendwann meinte Max' Vater, so, wir wollen zum Abschluss noch ein paar Lieder singen. Ich habe einige Gesangsbücher aus dem Gemeindehaus mitgebracht. Und er verteilte die Gesangsbücher. Da sah Max, als der Prediger das Gesangsbuch aufschlug, wie er verwundert dann reinschaute. Und mit Erschrecken erkannte Max, dass das das Gesangsbuch war, wo er dieses Bild reingemalt hatte. Wo dieses lose Blatt drin lag. Und der Prediger sah überrascht hinein und schaute dann zu Max hin. Etwas verwundert und steckte sich das Blatt in seine Jackentasche. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie es dem Max da gerade dann ging. Er wollte am liebsten raus aus dem Wohnzimmer. Aber es ging nicht, weil so viele Leute da waren. Und sie sang dann seine Lieblingslieder, wie zum Beispiel Lass die Herzen immer fröhlich. Und er konnte aber überhaupt nicht freudig mitsingen. Es war ihm so unangenehm gewesen. Ja, nach dem Singen verabschiedeten sich die Leute dann nach und nach. Und so war es dann, dass Max und der Prediger irgendwann alleine im Wohnzimmer blieben. Max wollte das nicht so stehen lassen und er musste sich entschuldigen. Und sein Herz pochte ganz stark, als er dann zum Prediger ging und sagte ihm dann, es tut mir so leid, das mit dem Bild. Das war Unrecht von mir. Ich hätte so etwas Hässliches nicht malen dürfen. Und der Prediger schmunzelte und sagte, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Du hast mich gut getroffen. Aber warum war das denn so Unrecht von dir? Na, weil so etwas Hässliches darf man ja nicht malen und erst recht nicht in ein Gesangsbuch. Das ist doch ein Buch für Gott. So etwas darf man doch nicht machen. Und der Prediger sagte zu ihm, ja, ich glaube, du hast heute etwas Wichtiges gelernt, Max. Du hast ein ganz wunderbares Talent. Du kannst wunderschön zeichnen. Du kannst sehr, sehr schön malen. Aber weißt du, dieses Talent sollte man eben nur für das Gute benutzen. Man kann Talente für Gutes und für Schlechtes nutzen. Aber vor allem, wenn man im Hause Gottes ist, sollte man so etwas nicht machen. Man sollte sich so verhalten, dass Gott sich nicht schämen muss. Dann meinte Max, ja, das ist ja so, als ob man sich über Gott lustig machen würde. Dann meinte er, ja, genau, richtig. Weißt du, das mit dem Bild, das vergebe ich dir. Aber verhalte dich in Zukunft so, dass Gott sich deinetwegen nicht schämen muss. Und nutze dein Talent richtig. Ja, und so gingen sie dann auseinander. Und Max war sehr froh, dass er diese Sache in Ordnung bringen konnte, auch mit dem Prediger. Und Max hatte etwas ganz, ganz Wichtiges gelernt dadurch. Und wisst ihr, jeder von uns, jeder von euch hat irgendein Talent, irgendeine Gabe. Und es ist wichtig, dass wir diese Gaben nicht als selbstverständlich sehen, sondern diese Gaben, die haben wir von jemandem bekommen. Und das sollen wir einfach vermehren. Also es quasi zurückgeben, von Gott bekommen und für Gott wieder gegeben. Ich wünsche euch einfach, dass ihr einfach seht, wo eure Talente sind, wo eure Fähigkeiten sind und dass ihr diese dann richtig nutzen könnt, um zu Gottes Ehre zu leben und um für Jesus leuchten zu können. Ja, wir sind jetzt zum Ende der Kinderstunde gekommen und wir wollen zum Abschluss noch einmal zusammen beten. Und wisst ihr, Kinder, ihr könnt das auch wirklich in eure Gebete auch mit einfließen lassen. Wisst ihr, manche, die wissen vielleicht noch nicht so genau, wo genau sie vielleicht ihre Talente haben oder wo genau sie etwas machen können für Gott oder zu Gottes Ehre. Und wisst ihr, es ist manchmal auch so ein Entwicklungsprozess. Manchmal kommt das alles erst irgendwann, bis Gott einen darauf hinweist. Und aber wenn ihr auf der Suche seid nach etwas, was ihr für Gott tun könnt, dann könnt ihr dafür beten, dass Gott euch das zeigt. Und Gott wird es euch auf jeden Fall zeigen. Ja, wir wollen einfach noch, wie gesagt, jetzt zusammen beten. Schließt eure Augen wieder und faltet eure Hände und ich werde dann beten. Lieber Heiland, ich danke dir für diese Kinderstunde. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir für dich leben dürfen. Herr Jesus, danke, dass du uns Gaben schenkst und Talente gibst. Danke, Herr Jesus, dass wir damit dann auch für dich leben können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du auch den Kindern hilfst, das zu erkennen und ihre Fähigkeiten zu erkennen, dass sie einfach auch das auch richtig einsetzen können und für dich einsetzen können, dass du sie so zum Segen setzen kannst und so auch leuchten können, dort, wo du sie hingestellt hast. Ja, liebe Kinder, ich wünsche euch viel Freude im Alltag, eure Talent und eure Gaben auch wirklich dort einzusetzen, wo sie benötigt werden vielleicht. Wisst ihr was, ihr könnt ja vielleicht mal auch so einen Zettel schreiben für Gott und mal überlegen zu Hause, wo könntet ihr das überall draufkleben? Wie gesagt, sei es vielleicht an eurem Instrument oder eure Schulmappe oder Bastelsachen oder Buntstifte, Malstifte oder ist jemand vielleicht auch technisch begabt, dann könnt ihr das auch da draufkleben. Überlegt mal, wo ihr etwas wirklich zu Gottes Ehre tun könntet. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein, du bist froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Mutter hat viel Arbeit, Mutter hat viel Arbeit, hast du schon gedacht, dass sie für uns Kinder sich viel Mühe macht. Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein, tu es froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Und das kleine Mädchen, sieh mal wie es weint. Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein, tu es froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Und das andere denkst du dir nur selber aus, es gibt viel zu helfen, du bist nicht zu klein.